Und jetzt kommen wir zu dem Spiel gegen Bochum am kommenden Montag, da wird es dann wieder heißen, du bist keine Schönheit, vor dem Spiel zumindest, und zwar von Herbert Grönemeyer, gesungen, übrigens, wenn dieses Spiel an einem Freitagabend oder an einem Samstag oder Sonntag stattgefunden hätte, wäre ich auf jeden Fall hingefahren, weil ich schon nochmal gerne ein Auswärtsspiel in Bochum miterlebt hätte, aber Bochum 2030 an einem Montag, ja, das mache ich nicht mit, also irgendwo ist auch mal gut. Und Stand heute, Stand heute spielen wir gegen den Tabellen 14, das ist noch nicht ganz sicher, ob das dann auch so bleiben wird, denn aktuell spielt Kiel gegen St. Pauli, da steht es auch genau jetzt gerade 1 zu 1 und damit spielen wir nächste Woche gegen den Tabellen 15, also inzwischen ändert sich das ändern. Die haben Druck auf jeden Fall, ja. Ja, da kommen wir jetzt nämlich drauf zu sprechen, Bochum, ja, wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, das geht eigentlich komplett an uns vorbei, gefühlt, dass in Bochum wirklich so richtig die Kacke am Dampfen ist. Und dazu möchte ich jetzt so ein bisschen referieren, ihr kennt das ja schon, ich hoffe, euch gefällt das auch, diese Gegner-Vorschau und das ist natürlich nicht zu viel, sollte es der Fall sein, wie immer die Aufforderung, schickt uns einfach einen Tweet, at vfbstr oder schreibt uns auf Instagram an, at vfbstr oder auf Facebook, ich weiß, da sind wir nicht allzu aktiv, aber ich weiß auch gar nicht, was ich posten soll, also macht doch Vorschläge, also wir können gerne Dinge posten auf Facebook, aber ich denke mal, ich möchte ja niemanden nerven. Ja, total, ja. Katzenbilder, Allgäu-Fotos, also wir haben da ein großes Repertoire. Also ich versuche mir jetzt auch auf Instagram ein bisschen mehr Mühe zu geben, aber auch da denke ich immer, ah, die ganzen Storys, die nerven doch die meisten Leute nur, aber ich glaube, ich wage mich da ein Stück weit aus der Deckung. Sebastian, wir hauen da in Zukunft ein paar Dinge raus. Ja, wir machen da mehr Content und überhaupt, ja. Immer mehr, noch mehr Content. Content, 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 ja. Drei Folgen STR pro Woche. Nein, natürlich nicht. Gut, also kommen wir zum abstiegsgefährdeten VfL Bochum, das kann man schon sagen. Die letzten zehn Spiele liefen für Bochum wie folgt, fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, also eher durch Wachsen, würde ich mal sagen. Zu Hause, muss man aber gleich sagen, sind sie gar nicht so extrem schlecht und vor allem, und das sollte uns zu denken geben, haben sie beide Absteiger, die sie bislang zu Hause vor die Flinte bekommen haben, besiegt. Ja, also unsere Mitabsteiger Hannover und Nürnberg haben beide in Bochum verloren, also da müssen wir aufpassen. Wobei man da ja kurz einschränken muss, dass Nürnberg und Hannover auch auf den beiden Tabellenplätzen knapp über Bochum aktuell residieren. Ja, also keine Frage, das ist jetzt nicht mehr so zu vertreten. Also Hannover ist Punkt, also die sind zwei Punkte vor Bochum, beide. Ja, das Ding ist vor allem, wenn ich jetzt gerade so gucke, die Heimstatistik von Bochum ist auch sehr interessant, also sie haben wie gesagt gegen Hannover und gegen Nürnberg gewonnen und dann nur noch ein weiteres Heimspiel. Ansonsten sechsmal Unentschieden und zwei Niederlagen. Und die zwei Niederlagen, das waren die beiden letzten Spiele zu Hause. Also die waren eigentlich die komplette Hinserie zu Hause ungeschlagen, sehe ich jetzt, und haben dann praktisch die letzten beiden Spiele verloren. Also sind zu Hause bislang eigentlich ganz ordentlich unterwegs gewesen, möchte ich mal so sagen. Insgesamt trotzdem schon acht Niederlagen in dieser Saison. Und ja, vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel, das jetzt gestern am Sonntag stattfand, dass sie knapp mit 1 zu 0 gewinnen konnten, haben sie auch dreimal in Folge verloren. Also da ist die Tendenz wieder so ein Stück weit, ja, die zeigt nach unten, nachdem es ja da jetzt inzwischen schon den dritten Trainer in dieser Saison gibt. Aktuell ist Thomas Reis Trainer beim VfL Bochum. Das war der Nachfolger von Heiko Butcher, der als Interimstrainer zum Beispiel im Hinspiel auf der, also gegen den VfB im Hinspiel auf der Bank saß. Der wiederum Robin Dutt beerbte, nach dessen Fiasko gegen Wien-Wiesbaden, wir erinnern uns, 3 zu 0 zur Halbzeit zurückgelegen, also 0 zu 3. Ja klar, ja, okay. Und dann haben die Spieler gesagt, weißt du was, Herr Dutt, mach mal du deinen E-Sport, wir machen ja selber die Aufstellung und Zaki Bumski, stets 3-3. So einfach kann's gehen. Tja, ein mir nahestehender Klub am Neckar, der hätte sich vielleicht auch gewünscht, dass man sich früher von Robin Dutt emanzipiert. Wer weiß, ob dann alles so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist. So lassen wir es jetzt einfach mal stehen. So, jetzt wird's aber schon wieder ein bisschen interessant und ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst einflößen, möchte ich was zu sagen. Denn, ich hab ja vorhin schon gesagt, die Bochumer können vielleicht nicht viel besonders gut, aber eins können sie besonders gut, das ist nämlich Tore erzielen. Insgesamt haben sie 34 Tore erzielt und sind damit die vier beste Mannschaften der zweiten Liga, was das Tore erzielen angeht. Nur Hamburg mit 45, Bielefeld mit 43 und der VfB mit 37 Toren sind die Mannschaften, die mehr Tore erzielt haben. Also, wir können uns darauf einstellen, dass, ja, Bochum jetzt sich nicht nur als Verteidigung beschränken wird, sondern die werden schon versuchen, auch Tore zu erzielen. Und vielleicht erinnerst du dich noch ans Hinspiel, da war es ja auch nicht so, dass man sich hinten eingeigelt hat und nichts mehr gemacht hat oder nicht versucht hat, Tore zu erzielen, sondern man hat immer wieder gefährliche Vorstöße unternommen und ja, man hat auf Seiten des VfB Stuttgart auch das ein oder andere Mal großes Glück gehabt. Also, auch dieses Spiel hätte der VfB nicht unbedingt gewinnen müssen, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ja, ich habe vor allen Dingen Gonvula noch in unangenehmer Erinnerung, weil der war brandgefährlich in Stuttgart. Der kommt nachher ganz besonders hier dann noch zum Vorschein. Aber, wenn es irgendwas Gutes gibt, dann muss es ja auch viel Schlechtes geben, weil ansonsten stehst du nicht so weit unten wie der VfL Bochum und das ist definitiv die Abwehr. Ja, 39 Gegentore, das sind die zweitmeisten in der zweiten Liga, nur der KSC hat mehr bekommen mit 41 und insgesamt gab es erst zwei Spiele zu Null für den VfL Bochum. Also auch da, sag ich mal, können wir davon ausgehen, dass man mindestens mal eine Bude irgendwie reinwirken. Und dann muss man halt gucken, dass man nicht möglichst vielleicht nochmal zwei kriegt oder so. Also, die Chancen gegen Bochum ein Tor zu erzielen sind schon relativ gut, so möchte ich es eigentlich sagen. Genau, die Chancen, ein Tor gegen Bochum zu kassieren, sind groß und die Chancen gegen Bochum ein Tor zu erzielen, sind noch größer. Ja, umso interessanter wird es natürlich, wie wir jetzt zum Beispiel so einen Auswahl von Nico Gonzalez kompensieren, der sehr wichtig war aus meiner Sicht, auch gegen Auge. Ja, und Massimo wird fehlen, aber da kommen wir gleich noch beim Startelf-Tipp ausführlicher drauf zu sprechen. Ja, da graust du mich schon ein bisschen vor, weil ich habe irgendwie gar keine Ahnung mit den ganzen Ausfällen und dem Matarazzo-System und so. Ah, das wird spannend, okay. Es ist sowieso spannend beim Startelf-Tipp, das kann ich dir auch schon mal verraten. Okay. Jetzt versuche ich so ein bisschen zu erklären, wie Bochum zu spielen gedenkt und zwar versucht Bochum eigentlich schon sehr aggressiv zu spielen. Ja, sie kommen bevorzugt über ihre linke Seite und schießen gerne aus der Distanz. Das liegt daran, dass Grand Volant nicht nur ein hervorragender Strafraumstürmer ist, sondern eben auch einen super Schuss hat und gerne auch mal außerhalb des Strafraums einen rauslässt. Und also das gilt es zu vermeiden, möchte ich mal so sagen. Bochums Stärken sind ganz klar die Balleroberung, da sind sie richtig gut, Luftzweikämpfe und die Chancenverwertung. Das ist, ja, es klingt eigentlich überhaupt nicht ein Abstiegskandidat, aber es ist halt so. Der wollte ja sagen. Ja, aber sie sind halt gerade durch Grand Volant im Luftzweikampf besonders gut und die Chancenverwertung von eben diesem Spieler ist grandios. So, jetzt sind wir wieder bei den Schwächen, die es ja natürlich immer wieder gibt und die liegen, ja, relativ leicht zu erahnen, natürlich in der Verteidigung. Hauptsächlich dann bei Standards, da sind sie sehr, sehr anfällig und das Problem ist, dass sie nicht nur anfällig sind bei Standards, sondern dass sie gleichzeitig auch immer sehr, sehr viele Standards verursachen, einfach an ungünstigen Positionen faulen und sich da nicht immer besonders clever anstellen, möchte ich mal so sagen. Außerdem sind sie anfällig für Angriffe über die Flügel, da sind wir bei dem Thema Gonzalez, der uns fehlen wird, aber man hat ja zum Glück noch Silas, der kann da vielleicht wieder sein Können unter Beweis stellen. Und sie sind auch anfällig bei langen Bällen vom Gegner, also hier wieder vielleicht Stenzel, vielleicht Philips, die mit langen Bällen die Abwehr der Bochumer so ein bisschen vor Probleme stellen können. Ja, und dann gibt es noch eine Schwachstelle, da müssen wir gar nicht so viel für tun, wir müssen im Endeffekt nur abwarten, Sebastian, denn die Bochumer leisten sich unheimlich viele individuelle Fehler. Also das kennen wir aus der Hinsie-Jahre, da gab es ja auch einige haarsträubende Fehler in der Defensive und die Bochumer sind da noch schlechter unterwegs. Also wir können so ein bisschen darauf spekulieren, dass der Gegner mehr oder weniger sich einen Ball selber ins Tor wirkt. Das finde ich super, da bin ich so auch dabei. Ja, also Bochum erinnert mich so ein bisschen an den VfB der vergangenen Saison. Also nicht nur jetzt aufgrund dessen, dass viele Spiele auch so, also natürlich nicht, was die Offensivstärke angeht, da haben wir ja überhaupt nichts zustande gebracht, aber man stellt sich halt wirklich unglaublich dämlich häufig an und verliert so irgendwelche Spiele, die man gar nicht verlieren muss. Gleichzeitig attestiert ja jeder, dass die Qualität des Kaders viel zu gut ist, um abzusteigen. Und man hat das Gefühl, dass viele Spieler in der Mannschaft genau das auch denken. Ja, es wird schon irgendwie reichen und so richtig kommen sie da unten aber nicht raus. Und das ist natürlich eine unheimlich gefährliche Situation. Und du siehst eigentlich, dass die Mannschaft richtig viel Potenzial hat. Ich denke da zum Beispiel an die wirklich Topleistung gegen die Bayern im DFB-Pokal oder gegen den HSV. Haben sie auch jetzt am vergangenen Montag ein richtig gutes Spiel gezeigt. Führen sogar 1 zu 0 und geben es dann wieder ab. Aber die Leistung insgesamt war trotzdem gut. Also Bochum hat schon Qualität im Kader, aber ja, es fehlt immer irgendwie was. Und so verlieren sie regelmäßig ihre Spiele. Und natürlich habe ich mir überlegt, was könnte das sein? Und ich bin ja kein Bochum-Fan und weiß natürlich nicht so richtig, wie es da aussieht in der Mannschaft. Aber Simon Zoller, ja, Simon Zoller ist übrigens der Mann einer TV-Moderatorin, deren Vater ist TV-Moderator. Geil, oder? Ja, also der Mann von, wie heißt sie? Laura von Tora, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, Simon Zoller, der sagte folgendes und das ist sehr interessant. Er meinte, wir stecken schon seit einigen Wochen im Abstiegskampf und jetzt kommt's. Viele im Team wissen das. Und warum sag ich das? Ja, also wenn's viele wissen, dann wissen's wahrscheinlich nicht alle. Und genauso kann man, glaube ich, die Aussage von Simon Zoller verstehen. Also offensichtlich scheint es im Team nicht komplett angekommen zu sein, dass man sich hier mit Händen und Füßen gegen diesen drohenden Abstieg wehren muss. Und da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Nico Willig, das ich vor ein paar Wochen hatte, als er meinte, klippenklar, dass 3 zu 0 gegen Wolfsburg am vorletzten Spieltag in der Bundesliga, das fiel einfach zu hoch aus, weil danach, also das hat der Trainer, der damalige Trainer des VfB Stuttgart so gesagt, weil danach sich einige zu sicher waren, dass man Union besiegen wird. Und offensichtlich scheint dieser Geist auch in Bochum verbreitet zu sein, dass man nur so hoch springt, wie man muss, aber dann trotzdem immer irgendwie stolpert. Also das müssen wir einfach ausnutzen. Darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Also wir dürfen Bochum hier nicht die Möglichkeit geben, irgendwie ein Spiel zu finden, Tore zu schießen, Sicherheit zu gewinnen, sondern wir müssen von Anfang an auf dem Platz dann wirklich unsere Stärken zum Vorschein bringen und möglichst schnell ein Tor erzielen, weil dann wird es unruhig. Denn die ganze Gemengelage in Bochum ist schon sehr, sehr angespannt. Letzte Woche zum Beispiel gab es bei einem Training eine Aktion von den Fans, die Spruchbänder aufgegangen haben. Unter anderem stand auf einem, alles geben, klasse halten, also eher motivierend zu verstehen, aber trotzdem passiert da was im Umfeld. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es da früh oder so nach 30 Minuten, sag ich mal, schon 2-0 für uns steht, könnte es da sehr, sehr unruhig werden. Und das könnte uns natürlich dann zugutekommen. Also Bochum scheint momentan stark mit sich selbst beschäftigt zu sein. Und ja, nochmal, das müssen wir einfach ausnutzen. Punkt. Hast du irgendwelche Eindrücke von Bochum sammeln können in den letzten Wochen, Monaten? Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube, das ist echt so ein Auswärtsspiel, was du halt als VfB Stuttgart, wenn du aufsteigen willst, unbedingt gewinnen musst. Du hast einen Gegner, der in Abstiegsgefahr ist, bei dem es intern rumort. Und ja, da müssen wir einfach gewinnen. Und du darfst vor allem auch nicht den Fehler machen, weil ich gerade gesagt habe, früh führen. Es reicht nicht 1-0 oder auch nicht 2-0 gegen Bochum zu führen. Das ist eine Mannschaft, die schon häufiger zurückkam. Also, bestes Beispiel, das gerade angesprochene 3-3 gegen Wiesbaden. Ja, das 3-0 nachher, 0-3, ja. Und das war nicht das erste Spiel oder das einzige Spiel, das sie nochmal gedreht haben. Da müssen wir einfach, ja, wirklich, wirklich relativ schnell für klare Verhältnisse sorgen. Ansonsten kann das wieder so ein unangenehmes Auswärtsspiel sein oder werden. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Bock mehr drauf. Nee, ich auch nicht. Ja, einfach nur gewinnen, Punkt, 3-1 oder so, das wäre einfach mal toll. Ja, oder auch 1-0 oder 2-1, also egal wie, aber wir müssen das auswärts mal einfach gewinnen. So, und jetzt kommen wir noch auf die drei Spieler zu sprechen, auf die man achten sollte am Montag dann in einer Woche. Und die drei Spieler, die ich mir ausgesucht habe, das sind ganz schöne Schlawiner, lieber Sebastian. Jetzt bin ich gespannt. Denn alle drei Spieler, das schicke ich schon mal voraus, mussten, ja, wie sagen wir, mit Restriktionen zurechtkommen im Trainingslager, weil der Trainer Thomas Reis Nachlässigkeiten beim Trainingseifer festgestellt hat. Oh, okay. Also warum war im Trainingslager in Andalusien und haben genau diese drei Spieler nicht so mitgezogen, wie sich das Thomas Reis vorgestellt hat. Und deswegen gab es dann eben, ja, disziplinarische Maßnahmen gegen diese drei Spieler. Und los geht es da mit Sylvain Ganvoulin, ja, also der ja auch beim VfB wohl auf dem Zettel stand als Winterpausenverpflichtung. Aber das hat dann nicht geklappt. 23 Jahre alt und jetzt kommt's, halte ich fest, 21 Pflichtspiele, 20 Torbeteiligungen. Mhm. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, was der da so in die Waagschale werfen kann. In der zweiten Liga sind es 19 Spiele und insgesamt 16 Torbeteiligungen, was natürlich auch schon großartig ist. In dem DFB-Pokal waren es dann zwei Spiele, drei Torbeteiligungen, nee, insgesamt vier Torbeteiligungen sogar. Ja, also der Spieler ist halt einfach grandios und macht den Unterschied aus. Ohne Ganvoulin wäre es für Bochum, glaube ich, schon Schappen-Duster. Ja. Und ja, also die Qualitäten dieses Spielers zu beschreiben, ja, da brauchen wir vielleicht fast schon einen eigenen Podcast, der ist richtig gut. Der kann zum einen wirklich als klassischer Wandspieler fungieren, das bringt natürlich die Größe und der Körper mit. Aber was er noch geiler macht, da müssen wir wirklich drauf achten, ob er das dann gegen uns auch zeigt, hoffentlich nicht, ist das Verlängern von langen Bällen mit dem Kopf. Also da hat er sich wirklich schon mehrfach ausgezeichnet, dass er da sehr genaue Zuspiele liefert. Sprich, es gibt einen langen Ball hinten aus der Abwehr raus, Ganvoulin kriegt das Ding auf die Rübe und leitet den dann weiter zum Beispiel auf Zoller oder andere Spieler und die sind dann durch und zwirbeln das Ding irgendwie rein. Also das müssen wir irgendwie unterbinden. Das heißt, wir sollten unseren besten Kopfballspieler, Luftzweikämpfer sozusagen, gegen Ganvoulin stellen. Und da haben wir eigentlich mit Karasor jemanden, der sehr, sehr stark im Luftzweikampf ist. Endo hat in den letzten Spielen da ein bisschen abgebaut, hat ja gerade zu Beginn seiner Zeit beim VfB da für Furore gesorgt, möchte ich fast schon sagen, als er, ich glaube, 600 Kopfball-Duelle in einem Spiel gewonnen hat oder so. Aber gegen Ganvoulin würde ich das schon für ein Mismatch halten. Also ja, da könnte ich mir vorstellen, dass Karasor da seine, ja, sein Meisterstück ab, das wäre schon wieder zu hoch, aber du weißt, was ich meine, er könnte sich da halt wirklich mal auszeichnen, einen richtig, richtig guten Spieler. Ja, das ist aber nicht alles, also Ganvoulin kann nicht nur seinen Körper gut einsetzen, sondern er kann auch hervorragend kurze Pässe spielen. Offensiv, das habe ich gerade eben schon angedeutet, setzt er seinen Körper meistens auch sehr, sehr gut ein, aber wenn es dann in die Defensive geht, hat er definitiv seine Defizite. Da wirkt er deutlich zurückhaltender, geht dem Tackling eher aus dem Weg, ja. Also das heißt auch hier, wenn es dann darum geht zu verteidigen, ist er eigentlich seiner Mannschaft keine allzu große Hilfe. Ja, insgesamt kann man sagen, ist Ganvoulin ein Spieler, der sehr, sehr stark im Luftzweikampf ist, einen super Schuss hat, da müssen wir enorm aufpassen. Und defensiv, oder seine Schwächen, so möchte ich es mal sagen, ist zum einen, dass er sich sehr, sehr spät erst vom Ball trennt, immer mal wieder den richtigen Zeitpunkt verpasst für das Abspiel, ähnlich wie Silas. Aber ich würde sagen, dass es bei Ganvoulin fast noch gravierender ist, also da gab es schon häufiger Situationen, wo du dir einfach nur die Haare rauchst, obwohl der so viele Torbeteiligungen hat, hätte er noch mehr haben können. Ja, und dann steht er halt oft im Abseits. Auch da erinnere ich an die Prognose gegen Leverkusen, habe ich ja auch gesagt, die stehen oft im Abseits, zack, vier Abseits-Tore gegen uns. So, ihr könnt euch darauf verlassen. So kann es weitergehen. So, dann der nächste, Danielo Soares, Linksverteidiger, der mehr oder weniger so mitläuft bei Bochum, aber ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist. Sehr, sehr robuster Spieler, das zeigt auch schon sieben gelbe Karten in der laufenden Spielzeit. Der aber auch gleichzeitig sehr gute technische Fähigkeiten hat, der gerne ins Dribbling geht, sehr gute, kurze Pässe spielt und enorm stark im Tackling ist. Also so eine richtige Kampfsau auf der linken Seite, muss man sagen. Aber eben, wie gesagt, mit dem technischen Touch, das macht es dann auch so gefährlich, wenn er mal ins Rollen kommt, möchte ich sagen. Also, hat jetzt nicht so viele Torbeteiligungen, ich glaube, erst eine oder hat er ein Tor erzielt. Also, aber er ist immer wieder jemand, der Situationen anschiebt, möchte ich mal so sagen. Also, da sollten wir aufpassen, dass er halt einfach sein Dribbling, also dass er gar keinen Bock drauf hat. Am besten gleich dreimal weggrätschen oder so. Das wäre nicht so schlecht. Also, aber trotzdem, er wird sich davon nicht abbringen lassen, nur weil wir ihn weggrätschen, weil er ist einfach auch ein körperbetonter Spieler. Sehr gutes Tackling, was auch hervorragend ist bei ihm. Er fängt unheimlich viele Bälle ab. Wir haben ja vorhin über Stenzel geredet, der das bei uns hervorragend macht. Überhaupt, das Abfangen von Bällen ist definitiv eine Stärke von Bochum. Ja, denn die Bochumer liegen da auf Platz 2 und Platz 1 oder auf Platz 1 und Platz 2, so ist es richtig, in der gesamten Liga-Statistik. Ja, also, Soares ist der Spieler, der die meisten Bälle abfängt in der zweiten Liga und sein Innenverteidiger-Kollege, Saulo De Carli, wird er, glaube ich, ausgesprochen, liegt auf Platz 2. Also, ja, die fangen viele Bälle ab. Außerdem läuft Soares hervorragend so diese Lücken zu, erkennt praktisch die Räume, schließt da eben immer mal wieder so Lücken, die gerade durch die Fehler der zentralen Mittelfeldspieler aufgerissen werden. Ja, gute Blocks, einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Und hier vielleicht noch besonders anstacheln für den ein oder anderen VfB-Spieler. Sein Berater ist die Ex-Kickers-Legende Markus Marien. Tja, das sind Infos, frage ich mich, wo kriegt man die denn? Markus Marien ist der Berater und jetzt zeige ich euch noch was, der Vertrag läuft aus von Danielo Soares. Also, jetzt wisst ihr wirklich alles über den Spieler. Ja, wirklich. Immer auspfeifen, wenn der am Ball ist, für die Leute, die mit nach Vorraum fahren. So, und der dritte im Bunde, der Rasselbande, möchte ich fast schon sagen, die da vom Trainer abgestraft worden im Trainingslager in Andalusien, ist Dani Blum. Ja, den ich mir eigentlich als Ersten schon ausgeguckt habe. Leider Gottes hat der jetzt in den letzten beiden Spielen, ja, auf der Bank Platz nehmen müssen. Aber ich möchte ihn ja trotzdem miterwählen, weil es für mich schon ein Unterschiedsspieler ist. 29 Jahre alt, insgesamt 18 Spiele absolviert für Bochum. 12 Torbeteiligungen, auch sehr beeindruckend. 6 Tore, 6 Vorlagen, spielt meistens linksaußen. Kann theoretisch auch als Stürmer auflaufen oder im linken Mittelfeld. Aber wie gesagt, am stärksten ist er eigentlich linksaußen. Und Blum, ja, spielt meistens die entscheidenden Pässe. Jedenfalls, wenn er dann eben von Beginn an spielt. Das war in 16 Spielen der Fall, in 2 eben nicht. Das waren die letzten beiden. Deswegen könnte es auch sein, dass er gegen den VfB nicht von Beginn an spielt. Tja, und ansonsten, hervorragender Schuss. Deshalb immer gefährlich bei Freistößen. Allgemein bei Standards sehr gefährlich. Und, ja, man muss bei ihm wirklich aufpassen. Weil du weißt nicht, zieht er ja zum Beispiel ab oder zieht er nochmal nach innen. Weil das macht er auch gerne, dass er über außen kommt. Und du denkst vielleicht, er flankt. Aber dann zieht er nach innen und schießt dann aufs Tor. Das macht ihn halt sehr, sehr gefährlich. Und sollte er von Beginn an spielen, ist Dani Blum auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir achten sollten. Ja, guter Mann, auf jeden Fall. Ein bisschen vielleicht zu wenig aus seiner Karriere gemacht, wenn ich so richtig überlege. Ich weiß, dass der mal bei der U19 auf Schalke schon auch als so mitgrößtes Talent, oder als großes Talent galt. Und dann ist er, glaube ich, nach Mannheim gegangen oder nach Saarbrücken oder so. Das ist eine ganz komische Option, der hat dann gewählt. Und so richtig ist er nie ins Rollen gekommen. In Nürnberg sah es mal ganz gut aus, aber da hat es dann auch nicht mehr so genau gepasst. Ich glaube, der hat zu wenig aus seiner Karriere gemacht, muss ich jetzt an der Stelle dann vielleicht auch noch sagen. Naja. Warte, ich sage es dir kurz. Junioren, Rot-Weiß-Frankenthal, Waldhof-Mannheim, Karlslautern, Schalke 04, Waldhof-Mannheim. Und dann bei den Profis vier Jahre bei Sandhausen. Frankfurt war auch mal. 83 Spiele, sieben Tore, dann zu Karlsruhe Laie 18 Spiele, ein Tor, dann zu Nürnberg 41 Spiele, sieben Tore, dann zu Eintracht Frankfurt 17 Spiele, zwei Tore, dann zu Ude Las Palmas 23 Spiele, ein Tor und dann zu Bochum 17 Spiele, sechs Tore. Ich erinnere mich, als Frankfurt den von Nürnberg geholt hat, war ich ein bisschen neidisch. Im Nachhinein weiß ich gar nicht warum. Gut, ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen dazu beitragen, dass ihr Bochum jetzt ein klein wenig besser kennt als davor.